So, okay, das muss in einer bestimmten Reihenfolge sein, das ist Anubis, das weiß ich sogar, das ist Horus, der Vogel, das, da habe ich gar keine Ahnung, okay, das muss auf jeden Fall irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge hier gedreht werden, ja, okay, gut, wie komme ich hier raus mit Escape, finde ich denn in der Halle wohl Hinweise, oder ich versuche nochmal mit dem Typen hier zu quatschen, wobei der mir da nicht helfen kann, oder? Oder nachher mit dem... Konstabler Oliver hat das Herz am rechten Fleck, aber ich könnte mir fähigere Begleiter vorstellen. Alles klar, Robert? Oder haben die Mumien sie schon erwischt? Haha, okay, ich glaube, dass wir vielleicht doch, wenn überhaupt, eher mit dem Direktor sprechen, oder? Ich meine, der wird sich da ja besser auskennen. Oder ist das hier ein Hinweis? Warum können wir das immer noch angucken? Aber er sagt auch immer das Gleiche, ne? Verschiedene Gefäße. Vielleicht wurden darin Grabbeilagen verwahrt. Hat er nicht beim letzten Mal was anderes gesagt? Die Deckel stellen Tiere und eine... Okay, das hat er gesagt. Ich gehe mal nach oben. Anton, ein bisschen schneller. Lieber Herr Wachtmeister. Ich überlege jetzt schon gerade, was es da mit dem Rätsel auf sich haben könnte, aber... Ich habe keinen Plan. So. Direktor Mokdar? Ähm, er hat gerade Ja gefragt. Arabische Schriftzeichen. Ich habe diese arabischen Schriftzeichen entdeckt. Was bedeuten sie? Dort steht die Söhne des Horus. Und das bedeutet? Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um über Geschichte zu sprechen? Ja. Es ist wichtig. Die Söhne des Horus spielten beim Bestattungsritual eine wichtige Rolle. Vier Söhne, vier Kanopen. Gefäße, in denen Leber, Lunge, Magen und Gedärme des Verstorbenen aufbewahrt wurden. Haben die vier bestimmte Symbole? Mensch, Pavian, Schakal und Falke. Schauen Sie unten in der großen Halle. Okay. Söhne des Horus, Gefäße und Gedärme. Verstanden. Danke für Ihre Hilfe. Unternehmen Sie nichts, bevor ich es Ihnen sage. Das hier ist mein Museum. Und ich werde die Tore öffnen, sobald Hilfe eintrifft. Ja, ja. Okay, wir haben den Pavian schon gesehen, den Falken, den Schakal. Wir haben eigentlich alles schon gesehen. Und werden da jetzt hoffentlich weiterkommen. So, hier haben wir nämlich den Pavian. Da haben wir einen Mensch. Da haben wir einen Schakal. Ich habe nur keine Ahnung, wo hier der Falke ist. Ich gucke mir jetzt die nochmal an. Das müssen die Kanopenseil, von denen der Direktor gesprochen hat. Ein Gefäß für jeden der vier Söhne des Horus. Ach, jetzt erkenne ich das auch erst mal. Natürlich soll das hier der Falke sein. Und hier ist der Schakal. Es sind wirklich nur die damit gemeint. Die vier Horus-Söhne, auch Horus-Kinder, Amset, Hapi, Duamutev und Gebersunev sind Kinder des Gottes Horus, dem Älteren und der Göttin Isis. Sie sind vorwiegend Schutzgötter der Kanopen, in denen bei der Mumifizierung im alten Ägypten die Eingeweide separat beigesetzt wurden. Als Sterngötter sind sie den vier Himmelsrichtungen zugeordnet. Und so befanden sich zur Zeit des Mittleren Reiches ihre Namen an den vier Ecken von Sergen. Aha, vier Söhne, vier Himmelsrichtungen. Okay, das ist ja schon mal ganz interessant. Hier haben wir Duamutev Magen. Ah, ich glaube, ich habe es verstanden. Auf dem Schild steht Amset Leber. Und der letzte oder haben wir jetzt alle? Hat er jetzt alle eingetragen? Weil merken konnte ich mir das nicht und aufschreiben wollte ich es gerade auch nicht. Können wir nicht einfach? So, hier. Hinweis? Bekommen wir dann einen Hinweis? Vielleicht soll ich es mir doch aufschreiben. Was ist, wenn ich auf Hinweis klicke? Bekomme ich dann einen? Ja, sehr wahrscheinlich. Okay, dann muss ich doch mal eben Zettel und Stift zücken. Also, wir haben Norden, Osten, Süden, Westen, ist klar. Und wir haben das schakalförmige Gefäß. Ich muss mir jetzt das nochmal eben anhören, was er sagt. Okay, der Magen ist ja relativ mittig bei Menschen. Auf dem Schild steht Amset Leber. Leber. Ist die Leber? Ich glaube, die Leber ist... Ist die rechts oder links? Ähm. Ich schreibe mal eben kurz auf. Leber. Das hier können wir uns nicht angucken. Achso, dann haben wir die beiden noch übrig. Ich hoffe, ich... Jedem der vier Söhne... Die Frage ist nur Welt. Ja, ja. Das ist die Frage. Also, Moment. Ähm. Magen, haben wir gesagt, ist der Schakal. Und Leber war Mensch. Jetzt habe ich noch die beiden übrig. Ich habe keine Ahnung, warum ich mir die nicht näher angucken kann. Aber ich probiere das Rätsel jetzt einfach irgendwie zu lösen. Also, ich hoffe, ihr... Ihr habt das wahrscheinlich kapiert. Natürlich habt ihr das kapiert. Ähm. Himmelsrichtung. So. Gehen wir mal davon aus, dass... Der Magen... Klar, der Magen ist relativ mittig. Aber was sollen dann die anderen beiden sein? Und es ist natürlich die Frage... Oh. Geil! Geil! Ich wollte gerade nur ausprobieren. Ach, schön. Na, also. Okay. Naja, das war jetzt Zufall. Also, das war jetzt wirklich Zufall. Ich habe gedacht, ich probiere jetzt hier ein bisschen aus und muss rätseln. Aber, naja. Gut. Wir gehen die Treppe rauf. Cool. Er ist da oben, Robert. Ich weiß es. Das mag alles sein. Gehen Sie in den Wachraum und öffnen Sie die Tore. Sagen Sie es dem Direktor. Zellner, tun Sie es nicht. Es ist zu gefährlich. Ich lasse mich nicht aufhalten. Jetzt nicht mehr. Oh. Mindestens 200 Stufen. Und noch eine Leiter. Der Arme. So, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Irgendwo auf dem Dachboden? Fangen wir doch einfach mal bei der Funkanlage an. Weitere Überbleibsel aus dem Krieg, würde ich sagen. Und warum auch nicht? So hoch über der Stadt? Das ist der perfekte Ort für eine geheime Funkstation. Können wir die irgendwie bedienen? Nee, ich glaube nicht. Im Sommer müssen die Temperaturen hier oben hördisch sein. Momentan ist es aber erträglich. Ach, das ist ja gut. Können wir ihn einschalten? Er würde wahrscheinlich nur Staub aufwirbeln. Okay. Schubladen. Betrachte den Stuhl. Der ist bestimmt sehr wichtig. Dieser wunderschöne Holzstuhl. Der Stuhl ist als einzige Gegenstand nicht vom Staub bedeckt. Oh. Es sieht so aus, als hätte noch vor kurzem jemand drauf gesessen. Hier sind zwei Handschellen befestigt. Unangenehm. Wurde hier jemand verhört? Verhört? Der Rabe? Wenn ich nicht irre? Warum treten Sie nicht ins Licht? Oha. Ähm. Ich habe jetzt gerade gar nicht drauf geachtet, ob man das an den Schuhen oder so erkennen konnte. Ist das wohl der Gephardt? Aber der ist ja eigentlich nicht der Rabe. Oder ist das der Mr. Inch? Also der Butler? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Oder ist das der Professor? Ich sage jetzt einfach der Butler. Ich sage einfach der Butler. Mr. Inch. Erstaunlich. Ganz erstaunlich. Ich dachte, der junge Le Grand würde mein gefährlichster Gegenspieler sein. Was? Doch wie es scheint, hätte ich mich vor dem Alter in Acht nehmen müssen. Was? Errungenschaft, freigeschaltet, Spürnase. Bitte? Ich bin jetzt gerade hier total schockiert. Explosion im Zug. Mord an der Baronin. Was ist mit dem Mord an der Baronin? Hatten Sie damit auch etwas zu tun? Der Tod der Baronin war nie Teil des Plans. Dr. Gephardt hatte eine Rechnung mit ihr offen und kam ihr in die Quere. Die Tresorschlüssel waren Ihnen egal? Ich hatte nie vor, das Auge aus dem Tresor zu stehlen. Ich wollte immer hier im Museum zuschlagen. Was ist mit Gephards Geständnis? Eine nette Idee, finden Sie nicht? Sie hält mir den Inspektor vom Leib. Zumindest für einige Stunden, bis das ganze Kartenhaus zusammenbricht. Okay. Ist er jetzt... Ist er jetzt wirklich der Rabe? Warum wollten Sie das zweite Auge hier stehlen? Das Auge lag lange in Zürich in der Bank. Unmöglich, da heranzukommen. Dann der Tresor auf dem Schiff. In Legrands Kabine. Zu kompliziert. Ich erfuhr vom Geheimkeller unter dem Museum und konnte in Erfahrung bringen, wie das Sicherheitssystem funktioniert. Ursprünglich wollte ich den großen Auftritt heute Abend bei der Gala. Aber... Nun ja, die Ereignisse forderten eine Änderung des Zeitplans. Nicht zuletzt ihretwegen, mein schnüffelnder Freund. Also damit hätte ich jetzt echt überhaupt nicht gerechnet. Einfach weil's so... Ja, so offensichtlich. Weil's doch immer irgendwie der Gärtner oder der Butler ist. Und die Bombe im Zug? Wollten Sie uns alle umbringen? Ich wusste, dass Legrand sich nach der Nummer in London an meine Fersen heften würde. Er ist ein gefährlicher Mann, Herr Zellner. Er hätte mich schon einmal fast erwischt. Und das ist Grund genug für einen Mord? Es war nicht mein einziger Grund. Auge um Auge, Wachtmeister Zellner. Okay, er ist also wirklich der Rabe. Wie war das alles möglich? Wie haben Sie im Zug die Nachricht auf den Tresor gelegt? Woher wussten Sie, dass Gebhard die Baronin ermordet hatte? Und die Sprengladung unter der Schatzkammer? Wie... Wie konnten Sie all das schaffen? Selbst wenn Ihr Arm nicht taub ist? Oh, er ist es, glauben Sie mir. Ich brauchte in der Tat Hilfe. Einen Laufburschen, der Beine und Arme für mich ersetzte. Einen Laufburschen? Ah, Adil. Was? Das verspricht interessant zu werden. Er ist sehr talentiert, aber auch unzuverlässig. Er hat seinen eigenen Kopf, eigene Pläne. Nicht wahr, Adil? Ich wollte nie, dass Blut vergossen wird. Aber es ist Zeit für eine Ausnahme. Das ist es. Dabei hat er nur eine Sache nicht bedacht. Ich habe hier die Fäden in der Hand. Immer. Ende der Geschichte. Hallo, Hilfe. Wie krass. Die Schatzkopf Die Schatzkopf Ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht aussteigen. Was, wenn der Zug ohne dich weitergefahren wäre? Dann arbeiten Sie also bald als Arzt auf einem Schiff. Ich bin schon gespannt, wie das sein wird. Ich bin nicht gerade eine Wasserratte. Wenn Sie auf dem Schiff mal im Wasser stehen, muss irgendetwas erheblich schiefgegangen sein.